Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Soma. Und, ähm, ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob ich hier richtig bin. Na? Aber ich habe hier irgendwas gefunden. Irgendwas... Das war doch auch irgendwie so... Ist das eine Station oder... Oder immer das sein soll. Das sieht aus wie... Wie ein Schiff oder so. Da hoch kann ich. Ist hier sonst irgendwas? Na? Sieht aus wie ein Schiff. Komm. Hoch. Du. Astronaut. Wieso kann ich mich nicht hinknien? Egal. Ist doch egal. Ich glaube, ich habe mich hingekniet oder so. Er ist kaputt. Ich muss mal gucken, ob ich meinen Timer eingestellt habe. Jo, habe ich. Very good. Hier ist das 400 Pro irgendwo, Alter. 100 Pro. Ja, das ist... Das war mal so ein Schiff oder so. So, ich war... Ich habe mich gekniet. Ich habe mich nicht gesehen, aber irgendwie... Ich glaube, ich muss mich echt leise bewegen, denn dann greift er mich auch nicht an. Ziemlich cool. Ziemlich cool. Aber wohin? Da sind rote... Eine Karte, die... Das wäre echt geil. Das wäre ja echt... Was Feines. Hier ist ein Schrotthaufen überall, naja. Ist hier ein Kampf stattgefunden. Wer weiß es schon. Es war vor unserer Zeit. Ja, Hauptsache, ich muss mich leise verhalten, dann greift mich das hier auch nicht an. Das ist wie beim Alien. Oder? Oder? Was ist das für ein Ding? Ohohohoho, guck mal da, ein Hai. Kann er mich fressen? Ich hoffe natürlich nicht. Ein Hammerhai. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So welche habe ich bei... Beim Assassins Creed 4. Beim Black Flag habe ich gejagt. Die Hammerhaie. Ich weiß nicht, wo ich hier bin. Aber... Da hinten ist ein Loch in der Wand. Glaube ich... Dass ich da jetzt richtig bin. Ich habe ohne Scheiß, wie gesagt, Leute. Das Spiel ist blind. Ich habe... Keinen Plan, was ich hier mache. Warb kein Plan. Ich habe bestimmt schon ein paar Ereignisse übersehen oder so. Nein, nein, nein. Irgendwie. Ein paar Ereignisse übersehen. Könnt ihr in die Kommentare schreiben. Shit, verschlossen. Falls ihr da... ...wat anderes wisst. Fuck off, ey. Fuck off. Es geht immer weiter höher. Höher und höher. Ich bin bestimmt tot, wenn ich da runterfalle. Das wollen wir ja nicht. Also hier das Spiel gefällt mir ziemlich gut, ey. Ich fühle mich hier fast wie zu Hause. Wie bei Resident Evil 7. Gut, Resident Evil 8 hat mich zum Schluss hat mich ein bisschen genervt, ne. Das hat man bestimmt gemerkt. Aber... Ich hoffe hierbei... ...istet wird das nicht so sein. Wieso ist verschlossen? Spiel speichert. Hier wird doch was sein, ey. Okay, wir sind in. Wir finden eine arbeitende Escaf-Hassel. Was für ein Ding. Was muss ich suchen? Was muss ich suchen? Was muss ich suchen? Oh, da muss ich suchen, wahrscheinlich, ne. Er speichert wieder das Spiel. Was muss ich suchen? Was für ein Ding. Er ist ja da? Es ist ja da? Welche? Geht ja Garnix, ne? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Es ist das? Hör da Geht ja Garnix, ne? Was ist das? Ich will da nicht rein. Ist zwar interessant, aber ich will da nicht rein. Entschuldigung geht nicht. Ich glaube sie geht. Aber nie da. Nein, nein, nein. Ich gucke dich nicht an. Ich gucke dich nicht an. Nein, 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 nein. Ich... Schau mal, was hier ist. Sieh mal hier. Da ist doch so ein Ding. Soll ich ihn mal... Soll ich ihn mal ingeben, he? Komm. Nein, 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 nein! Das ist doch nicht hier, oder? Dieser Vogel! Doch, doch, doch! Der Mann, der Mann, der Mann! Pistisch! Pistisch! Mann, lass mich doch in Ruhe, Alter! Der steht genau vor der Tür, ey! Dieser Mistvieh, ey! Alter, ich komm da nicht raus, ohne zu sterben, gell? Was? Ich glaube, der ist weg! Nein, Pistole! Oh nein, 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 nein! Ich guck dich nicht an! Ich muss in die andere Richtung! Mann, verdrück dich doch, ey! Nein! Alter, das ist wie so ein Scheiß-Gier aus meinem... aus meinem... Albtraum als Kind! Wieso? Kann ich jetzt? Alter, ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss! Weiß ich schon mal! Ich glaub, ich war hier schon mal, ne? Oder? Nee, hier ist er doch! Hier ist er doch! Komm! Dreh! Dreh! Ach, der ist doch sehr blöd, ey! Mach's gut, Trottel! Komm! Komm! Hoch! Am Arsch! Pisse, ey! Kann ich nicht zumachen! Scheiße! Wir können bestimmt auch schwimmen! Der Spiel speichert wieder! Da kann ich nicht raus! Mann, es ist doch Wasser! Ich könnte normalerweise schwimmen, oder nicht? Kann ich da hoch? Nee, das... Also, hier steht alles auf dem Kopf, ne? Deswegen! Ja, was bringt mir das, wenn ich den nehme? Wo soll ich denn jetzt hin? Wo soll man denn hin? Obwohl... Vielleicht doch, ne? Man könnte sich ja mal ein bisschen erleichtern, vielleicht! Hier sieht richtig aus, ne? Glaube ich! Hier ist nichts! Ich geh mal da hinten hin! Mal gucken, was hier ist! Ach dir, das ist doch das Ding, ne? Zack! Ja, hoffentlich, ey! Ja, hoffentlich! Wir müssen hier raus! Ich weiß, ich weiß, ich gehe! Ja, okay! Something ist stabilisierend das Schiff! Wir müssen es wissen, dass es eine Erkrankung ist! Verdammt, ich wusste es, ey! Ich wusste es! Der ist doch hier bestimmt jetzt! Ich muss zum... Was hat die gesagt? Ingeneroom, ne? Was ist denn hier Ingeneroom? Sieht das hier wie Ingeneroom aus? Wo ist er? Wo ist denn der Blödmann, ey? Ja, da kann doch nicht sein, dass er hier ist! Leute, der Timer klingelt schon wieder! Ich pausiere und dann beende ich wieder den Part! Scheiße, ey! Verdammt! Macht's gut und bis gleich! Wir sehen uns im nächsten Part! Tschüss!